So und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Persona 3 Reload. Ich hätte vorher mal meine Fusionen vielleicht checken sollen, bevor ich jetzt hier anfange. Verdammt! Zu spät, wir machen jetzt den Boss. Und danach? Schmeiß ich mich stattdessen wieder raus und spiel bis zum nächsten Boss alleine wieder weiter, weil wir haben jetzt schon wieder genug Tadros abgedeckt. Okay, Folianne der Verfolgung. Desaster Pagode, Folianne der Verfolgung. Qualität unten? Achso, ja, wir kennen auch das nicht. Nein, warum sind die Pisser gleich danach wieder dran? Abwehr hoch. Angriff hoch, Wufu dienen. Ich habe keine Feuerfüchte dabei. Sollte in Ordnung sein. Das ist ein schwerer Angriff, ne? Und jetzt? Komme sie auf mich! Okay. Oh! Die Tray ist nicht geil. Aber wir machen ganz einfach. Wir packen es jetzt mal richtig ab. Diese bösen, bösen Gegner. Oh! Der ist gegen Piercing Damage. Ich verstehe. Der ist gegen die Hände. Der ist gegen die Hände. Der ist gegen den Schwer, gegen die Hände. Ich stehe noch immer wieder. Es wird noch ein bisschen mehr Zeit dauern. Da! drauf auf die penner das war jetzt relativ zügig rausgefunden dass er so eine schwäche hat jetzt sind die ersche wieder dran angriff hoch masaku kascha ich wollte es gerade sagen hat er nicht die kascha jetzt könnt ihr euch sonst wo hinstecken alter ohne alles ist weg 191 ich meine ich verstehe dass es die schwäche ist aber ich habe mich heilen sollen was dann heute kämpfen das war das muss man gleich mal richten äh das war doch kein fahrrad Sei auf deiner Garde! Und jetzt? Hilf uns, kenne Anemi! Nicht schlecht. Ah, fuck. Was muss ich tun? Wollen wir halt mal. Den hier. Ich gehe mit dir. Okay, der wäre gegen Eos. Ähhhhhhhhh. Wollen wir was über Ragion? Los geht's! Gut, Proton! Zummoning! Oh! Aber Schlagschaden ist es! Oder macht ihr bloß wieder Crit? Schlagschaden ist die Schwäche von dem dämmigen Nussstück. Ja, vor Ort! Bei einem Gegner. Hm. Zwei Enemies, auf einmal zufrieden. Ich will das enden. Persona! Da musst du schützen was er, da geht es schon. Ansonsten schmeißen wir ihn mal raus und nehmen wir einen anderen. Was zu tun? Nicht das. Sieht so aus, dass du eine Weibung zu schützen kannst. Und ich brauche meine Theologie-Dinger nicht verwenden. Ein Minisum. Wir haben uns zu kämpfen! Konzentration? Ah, deswegen hat er doppelt abgezogen, bei der Ding, ne? Ah, ich hab da eigentlich den Angriff schon mal gesehen. Ah, ich hab da eigentlich den Angriff schon mal gesehen. Oh, hallo! Oh, hi! Vielen Dank! Amara-kun, ist mir gerade etwas aufgefallen. Kann es sein, dass du wieder gewachsen bist? Wirklich? Vielleicht durchs daran, dass ich viel Milch trinke? Hehe. Wollen wir dann aufbrechen? Was hat die Milch damit zu tun? Kids halt... Immer diese Kids-Lebenspicer. Was ist da für geiler Scheiß drin? Los! Irgendwas ist immer Geiles drin hier. Heldenumhang. Amara? Ehh... 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 Das ist auch der einzige, die es geben kann. Skillung? Ehh... Ehh... Nein, Mediarama. Ehh... Ehh... Vielleicht dauere ich schon mal. Schau mal kurz noch auf der Ebene. Ehh... Ehh... Was besonderes ist? Aber wahrscheinlich nicht. Ein bisschen... Ehh... 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 Lass uns das enden! Das ist wie wir es machen! Ich bin immer glücklich, mit allen zusammenzuhalten! So und... Da ist Trepp! Und da ist unser letzter Gegner für die Ebene! Äh, ist halt wieder alles da! Licht... Blitz... Was ist das? Achso, so kann ich die Statusdinger anschauen! Nein! Was soll jetzt der Kampf? Achso, alles! Ne, lass mal Ina spüren! Das war jetzt hier Blitz! Nein! Heelal, schau mal! Plicht hat er ja nicht mehr... Er muss doch dich mit einziehen. Hört sich immer wie call an enemy an. Mehr E.P. Zum leveln man, nicht zum Geld holen. Das ist aber nicht alles bekommt man teilweise bei den Fights. Also gut, dann sind wir jetzt auf der nächsten Ebene, da schmeiß ich euch jetzt kurz raus und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Boss. Oder wenn wir außen Tartarus rausgehen. Hilfe, er sich durchgewinnt. Bis gleich. Okay, der nächste Boss wartet. Es ist einfach nur ein dämlicher Löwenkreisel. Starkstelle vor Kapitän, gehen wir. Aber er ist weiß. Ich hoffe dieses dumme Abschluss hat nicht wieder diese... diese scheiß Insta-Kill-Dinger. Alter, er ist verdammt groß. Er ist verdammt groß. Er ist verdammt groß. Er ist verdammt groß. Diese kleine coole Box am Rücken hat. Klinge des Zorns. Oh. Kleine dumme Sau. Machen wir mal das. Check, Brüder. Ach, die machen den Joke. Hä? Das war das Critney. Der ist schwach gegen. Wissen wir nicht. Argya Models. Der Models. Der jetzt in Vollautomation-Mod. Maps vom Output! Oh ja, stimmt. Sie geht jetzt in den Modus. Korotans, back at us. Jetzt kann ich sie ja gar nicht mehr nutzen, ne? Hitzeanstieg. Oh, alles hoch. Meine Persona ist bereit. Persona! Vielen Dank. Was weißt du immer, wenn er fast down ist? Oh, außer Eis ist er gegen alles. Eis scheint keine Effektion zu haben. Oh. Äh. Aguilar, Buflau. Den Kasha Juwel habe ich wahrscheinlich nicht, ne? Gutes Wunsch. Okay. Oh, okay. Oh, das funktioniert. Jetzt! Oh, das macht's ja klar. Wie sie sagen. Gute Arbeit da draußen. Cool. Ich hab, glaube ich, nie einen Modus eingesetzt. Das wird meine Möglichkeit verbessern. Oh. Wir haben einen Angriff der Gruppe für drei Runden. Äh. Eine zu bündeln. Fuck you. Oh. 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 Mamuro und Miro schlosser dunkler Instacill. Oh. 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 wie sagt man noch der kampf war das reiste kinderspiel setzen unsere kunden fort ich mag wenn sie so so nichts wissen darüber kommt oder was heißt rüberkommen ich meine ich mag ihre art eigentlich aristokratie okay wenn der waffe aristokratie war ist das muss schon cool sein 30 plus 30 sp coole sachen okay das ist auch nichts mehr ja gut dann schmeiße ich wahrscheinlich jetzt gleich wieder raus okay machen einfach so gleich dafür wissen wir die nächste runde würde ich was so also dann bis gleich so ich habe den nächsten boss eigentlich erreicht aber ich bin jetzt raus weil ich habe keine dinger mehr und da ist drauf ja gesagt wir machen weiter da bist du noch im boss und scheinbar noch elf ebene müssen wir zur grenzebene kommen wir haben ja noch ein wenig was ist jetzt wieder los paar nachrichten bekommen wie immer warte mal beim arzt boy haben wir ja noch sind wir schon im letzten ding da glaube ich das ist keine schule ballfängers homeshopping anders kein interessiert das ist ja auch wenn du siehst du ja auch wenn du siehst du ja stimmt ja mir glaube ich hier immer gesagt dass das da was ist unser boy ist beim schreien du bist es wollen wir wieder das klauen aber nur wenn du möchtest ja möchte ich gleich so danke tatsächlich habe ich wohl auf dich gewartet er finden soms ich bin schabler als hier gekommen i'm doing better today i know it probably look later last time right sorry if i scared you i've been reading a book before e met that day i guess i got so absorbed in it that i didn't realize how cold the wind was Gibt es dir, Bücher zu lesen? Ich verstehe. Das ist dann etwas, was wir in der Gemeinde haben. Heute lesen ich Bücher zu lesen. Ich finde, dass sie mir einen Weg geben, um alles andere zu erlangen. Ich kann nur in der persönlichen Welt verloren werden. Hast du die ganze Zeit durch die Bücher zu lesen? Ich hoffe, dass es langweilig ist. Oh, hast du? Ich bin auch nicht am Ende. Obwohl ich denke, dass unsere Wissen unterschiedlich ist. Je mehr engagierend eine Geschichte ist, desto mehr will ich es verloren werden. Aber ich bin immer Angst, es zu Ende. Weil, wenn ich die Geschichte zu Ende, muss ich zurückkommen. Zurück zur Realität. Dieses inescapable Körper von meinem. Herzbläckige Storien, erfüllt mit Hoffnung. Das sind die Art von Büchern, die ich lesen. Sie geben mir ein wenig Stolz, wenn ich zurückkehren muss, Ich bin zurück ins Wohnheim. Ich bin zurück ins Wohnheim. Das ist ein wenig Stolz. Ich bin zurück ins Wohnheim. Ich hoffe, dass wir wieder darüber sprechen, dass wir reden können. Das ist ein wenig Stolz. bist du depp hey war dein tag geht ich gar nichts an datenschutz und so mit ihm haben wir noch nichts gemacht ich kann das nicht trinkt alleine ich habe das kühle müssen wir kommen ja klar verbringen mit ihm wenn ich jetzt dann wieder ausgewählt habe was ich da machen social link wie das mir in ruhe herzelfall schlag anfall was los ist ihm da glas umgefallen oder so ich sollte nach hause gehen ja ja you're right kid i should go home and sleep i completely forgot i have a memorial service to conduct side in the heart sutra with the hangover is going to be rough i can the day all i needed was a cold shower and i'd be fine no matter how much i drink it's always in times like these and it's hard is to be alone hast du irgendwelche mitarbeiter hm you're asking if there are other monks at my temple my temple small i don't depend on nobody but myself i'm the only one there if you think about it it's better to be alone less stress you don't have to wait for someone else to get out of the bathroom when you need to go my son took forever in there yeah living alone is the way to achieve peace and serenity everything we see has form no form has permanence form has no self his true face is that of emptiness and yet form is emptiness and emptiness is form no two things in this world are the same well put it simply no matter how hard you try to live your life right else can always mess it up because form is emptiness emptiness is form well okay maybe getting involved with you messed up my life a bit too haha gegen seine worte spür dich beim und hat so eine gewisse Zuneigung ich verstehe ihn jetzt besser yeah super ja Mach mich fertig, Alter. Das war jetzt so eine lange Pause, dass... Bist ja doch schon fertig? Fehlt da nicht noch was? Drück drauf. Oh, ja, Sam will gerade anfangen. Verabschiede mich und ging zurück. Also sei so nah ermordet worden. Und seitdem kippt er sich die Binde weg, oder was? Oder eher ständig was hinter die Binde. Blühungsergebnisse sind da. Ey, ich weiß, dass ich geiler Stecher weg... Er ist am besten abgeschnitten. Alle sehen mich voller Respekt an. Er bringt mir bloß nicht viel. Etwas fällt mir ein. Mitsuri hat mir ein Geschenk versprochen. Ich sollte mit ihr reden. Mittagspause war es vorbei. Ich sollte wieder in den Unterricht gehen. Dann so aufrunden und die Antwort ist x ist gleich 1. Es ist nicht... Oh, verstehe. Dieser Term wird 11. Also x ist gleich 2. Okay, eure Ausaufgabe ist, das herauszufinden. War das nicht unterhaltsam? Zahlen sind so spannend. Selbst so schwierige Probleme wie diese ist, sobald man es gelöst hat, ein ganz einfaches Konzept. Gesamte Realität fließt auf Zahlen. Die Zivilisation ist das Ergebnis der Mathematik. Schön, die umgekunden. Du scheinst mal jetzt zu mögen. Hier ist eine Frage für dich. Wir nutzen sie zu vernünftig sehr häufig. Weißt du vielleicht, woher sie ursprünglich stammt? Äh... Ägypten. Sagt die Mehrheit. Ägypten. Hä? Wow, die meisten haben es falsch beantwortet. Ihr scheiß Penner da draußen. Was solltet ihr? Kacke, Alter. Ich habe mich auf euch verlassen. Ihr unnützen Penner. Hahahaha Vor allem, ich glaube, bisher war irgendwie immer alles richtig. Ich habe nicht nur begrechnet, dass da auch etwas falsch sein kann. Faszinierend wie jemand seinen Tag aufwacht und das Konzept der Lehre erfand. Null machte die ganze Mathematik an einen gewaltigen Entwicklungssprung. Ey, das ist doch harmonisch und schön. Mathematik ist großartig. Meine Antwort war falsch. Euch vertraue ich noch einen Scheiß, Alter. Ich schaue die Übermittler hinten nach. Verdammte Penner. Hahahaha Hä? Die Arbeit betreffen. Ich komme einfach in den Schülerratszimmer. Okay. Oh, er steht davor. Oh, er steht davor. Heute ist ein Aktivitätenfortfall. Entschuldige, ein kleiner Überfall. Aber, falls du beim heutigen Treffen dabei sein willst, könnte ich deine Hilfe brauchen. Ja, mir kommen wir schnell kommen. Ah, danke. Wunderbar, dafür schulde ich dir was. Ich möchte, dass du bei einer kleinen Präsentation für den Schülerrat hilfst. Zeit reden, aber du brauchst von dir etwas Unterstützung. Das ist ein Sinn, glaube ich, ne? Das ist das, was ich glaube, wäre der richtige Weg zu sein. Das ist die richtige Weg zu sein. Bitte, diese Dinge in consideration. Ich bin nicht sagen, dass jeder sollte das in der Bibel folgt. Also, wir lassen es zu der discretionen des individuelles. Ich denke, das ist die erste Mal, dass er über jemanden von anderen Opinionen interessiert hat. Also, zumindest versucht er. Danke. Ich hätte es nicht ohne dich getan können. Also, wie habe ich das gemacht? Das ist gar nicht süß. Ich bin sehr stolz für mich, dass ich einen努力 gemacht habe. Ich habe vielleicht ein selbst, arrogantem Portrait für mich für alle. Also, ich werde ihren Vertrauen wieder gewinnen. Hier, schau mal an. Einer der Mann, der sich über den Zigarettenkopf in der Jungsbäthin befestigte. Er hat viel Persuasion, aber er hat mir gezwungen, dass er niemals wieder riecht. Diese Leiter ist proof davon. Ich habe seinen Vertrauen gewonnen, indem er die Kompassion für andere zeigen. Just wie du mir教st. Das ist, warum du es solltest. Danke. Ich habe mein ganzes Leben auf den anderen angeschaut. So ein grundsätzliches Bravado. Aber du hast mir eine wichtige Lehre. Etwas, das ich mit mir immer mitgebracht habe. Ich glaube, dass ich noch nie etwas wie du sein werde. Ich bin du. Du bist du. Die Bedeutung hat nun gefertigt und hat endlich gefertigt. Warum diese Pausen eigentlich immer? Ich meine, das ist ein schönes fließender Text. Ich bin ein schönes Schäfer. Ah, den Sturmgott Odin. Du erinnerst mich die Geschichte, die ich dir über den TV-Stationen erzähle, Herr Eder? Dieser Mann. Er ist mein Vater. Ich sehe jetzt, dass Sincerität sehr wichtig ist. Und ich bin sehr stolz von mir, dass ich das verstehe. Ich habe auch gedacht, wie ein fantastischer Mann mein Vater ist. Es ist jetzt Zeit, um zu gehen. Sag, willst du irgendwo nach oben gehen, bevor wir nach Hause gehen wollen? Jetzt, dass ich darüber denke, haben wir noch nie aus der Schule gehalten. Wer übersetzt denn die Sachen? Ich meine, klar sind das Oberschüler, aber trotzdem. Oh, hallo, Prüfungen sind vorbei, oder? Wenn ein Tatlos gehen wird, dann will ich mitkommen. Ich verspreche, alles zu tun. Nee, jetzt nicht alle. Hey, wo gab mir die Mitsuru? Ich will meine Belohnung haben. Habe ich die übersehen? Nee. Aha! Ah! Okay, ich habe das Prüfungsergegnis gesehen. Gute Arbeit, hier von Chichi. Jetzt hat die Schule und unsere Extra-Gelenken aktiv her und so gefeizt. Ach, du Scheiße. Anhänger der Einheit. Was zur Hölle ist Anhänger der Einheit? Wir bilden eine Einheit. Wechselboost. Da wird die Angriffskraft, wenn der Träger getauscht wird. Gut. Das 50 SP ist schon geil. Aber ich glaube, das bräuchte... Äh, Werte. Wir hatten am wenigsten. Eigentlich die Eigess, aber die braucht es auch kaum. 50, 300, 200, 2, 15, so 45, 3, 33. Ja, doch. Wenn Kenny Boys soll ich es geben. Kenny! Was hat er? 10 SP! Nein, nicht TP. Ich will 10. Hä? Oh. Äh, Scheiße. Ich dachte, das ist... Hä? Warte, 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 warte. Ah, ich hab dir schon einen Hauptcharakter gegeben. Ja, gut, dann fuck it. Will ich es wieder lesen? Ich glaube, ich hab dir das Ding schon freigeschalten, oder? Stattuseffekt-Anstieg. Hm. Du wirst Fernseher glotzen? Na ja, wir könnten die Dinger weiter reinziehen. Äh, Geschichtshubszeit. Brache ist Zeit. Was macht ihr jetzt? Größten der Weltgeschichte. Lauter wissen so historische Figuren heute Feldherren. Zum Thema werde ich mehr lesen. Entscheidung in historischer Größe, um wieder Ziele zu erreichen. Ich hab gelernt, in einer Zeit der Note Moral zu bewahren. Hinterhalt wurde verbessert. Überfällst du einen Gegner von hinten, erfüllt sich die Theologieanzeige. Stimmt, ich kann jetzt die Dinger alle durchgehen, ne? Wobei es einige gibt, die ich überhaupt nicht mehr brauche, weil die halt... ...bestimmte Sachen muss erhöhnen. Ha? Scheiße, die gibt's immer noch. Ich weiß, dass du schon seitens beschäftigt hast, aber ihr habt ihr alle geholfen, richtig? Die schauen dir alle zu, alter. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Du bist irgendwie schrecklich. Huh? Was ist das, wenn du jetzt das? Was ist das? Du bist doch jeder. Kommen dann vor, da war ich... Once I realized that, I started thinking about my parents. I've sort of been avoiding the question, but... Is it okay for me to leave things with them like this? Parents, huh? Yeah, that's a tough one. But I think you'll work it out, Vuka. Moriyama, what are you waiting for? Come on up. Yeah, yeah. Oh, would it kill you to give your classmates a proper goodbye? Huh? Huh? What's going on? Um, hi everyone. I know I haven't been here that long, but I feel like I've made some good friends. I'll remember each and every one of you after I transfer. Thank you all. How's that? Uh, wait. Transfer? What? Huh? Why now? What? You're a weird one, you know that? The biggest bitch in school is leaving and you're gonna miss her? You're transferring... And you didn't say anything? It's not like it would have made a difference. Why make us both depressed? But yeah, my dad suddenly collapsed. And they say it'll take a while for him to recover because of some complications. We don't really have that much money, so we can't afford to stay in this area. You know, now that I think about it, you're the only one who bothered being friends with a weirdo like me. But like I said before, we're both in the same boat. My parents act like I don't even exist. I hate living with them. That's why I was so jealous when you moved into the dorm. Hatsuki-chan. You know, you've really changed, Vuka. You're a lot more cheerful now. But why'd you move when your house is like, right here? Huh? Well, um... If you don't want to say, that's okay. I'm sure you've got your reasons. But if it's something that you and your parents can work out... Then do it while you have a chance. It'll be a while before my dad's in any condition for us to have a heart-to-heart. What am I doing? This isn't what I wanted to talk about. You know, Vuka. I used to think every day was just the same depressing routine. And I'm only saying this because it's you, but... You don't really get many second chances in life. Natsuki-chan. I guess this is the last time I'll see this view. I won't be in school next week because I'll be packing, so... I guess this is goodbye. No! Don't you dare come see me off. I want to say goodbye on my own terms. Come on, don't give me that look. But you're leaving so suddenly. Hey, I'm not all broken up about this, just so you know. I've changed a lot since I met you. I'm gonna try and figure out what I really want to do with my life. I know you can do it, Natsuki-chan. Well, now I really feel like I gotta do it. No pressure, right? No. I got one last thing I want to say before I go. If you just accept the way things are, then you'll never move forward. Just like me. So I hope you can figure out what you want, too. What I want... I... I used to try and please everyone, just to fit in. I was afraid of not being light, so... I always went along with the people around me. But I never really thought about what I wanted. That's so you. Well, if they don't like you for who you are, I say screw them. But I like you, Fuka. Even if you hate yourself. Natsuki-chan. Well, I better get going. I'm kind of tearing up now. Natsuki-chan. Even if we're apart, we're still connected. I get it now, Natsuki-chan. I'd always assumed my powers were a reflection of my faults. I was always worried about how other people see me, and that's why my powers let me see others. But I guess there is something I want after all. Seeing everyone getting along and working together, makes me so happy. So, I want us to treasure this forever. I have the power to connect people, even when they're apart. My persona has given me this amazing gift. The friendship I've always wanted. The friendship I've always wanted. Ah, the next thing. What's gonna happen now? A navi? A tomtomp navi. Ooh. Now it's creepy, man. Das sieht fucking creepy aus. Kraftaufstieg auf dem Baron gewährt allen Verbünden einen zufällig verstärkten positiven Effekt. Da bist du! Oh, was machst du hier alle hier? Diese wilde Pflanze im Hintergrund macht mich fertig. Vor allem, die stehen halt auch ganz alleine da. Es ist ungewöhnlich, dich oben auf dem Rooftop zu finden. Wir haben dich nicht umgekehrt, also wir waren nicht sicher, ob du okay bist. Ich glaube, ich habe es herausgefunden. Okay... Ich habe meine Meinung gemacht. Ich werde alles tun, was ich kann mit dem Kraft, den ich gegeben habe. Das ist das, was ich entschieden habe, was ich tun möchte. Ähm... sicher? Entschuldigung. Ich glaube, das war aus keinem, nicht wahr? Ähm... sicher, dass du okay bist? Nein... Nur ein creepy Lachen macht sich besser. Oder erklärt sich besser. Und richtest für heute vorbei. Äh... was? Du bist doch mit Koromaru befreundet, oder? Was macht der wohl vor dem Wohneingang? Ah, okay. Jetzt fängt der auch schon an, mich voll zu sitzen damit. Da 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 da... Da 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 da. Da 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 da... Pff... Wen haben wir denn jetzt alles? Ah, okay. Kunstclub können wir abschließen. Mit der Beppe. Kunstclub. So, so. Kunstclub. Hallo! Was ist denn los, mein Freund? Du bist auf neun, oder? Ja! Ja! Wenn ich mit der Prüfung gehe, ist alles schon endlich fertig. Dieses Mal habe ich echt gewürfelt. Ja, Yuki-Kund. Ich muss heute einfach sagen. Finde ich schön, wenn du aufkommst. Ich will, das ist egal was ich sage. Wenn ich schon da sein, lass uns alles erst mal zeichnen. Ja, wie immer. Das war eigentlich immer dieselbe Scheiße. Es ist mal. Als von heute bin ich den Klub. Ich möchte einen neuen Klub-Leader aus den zweiten Jahren wählen. Oh, warum? Woher kommt das? Ich muss für meine Entrenzungszeiten studieren. Warte, also dann... Ich gehe zur Med-School, bekomme meine License und werde ich einen Doktor. Ihr Vater sagte, dass du zu verabschiedet hast, weil du den Krankenhälen hast? Mein Vater hat nichts zu tun mit dem. Ich habe diese Entscheidung für mich selbst gemacht. Ich werde die Möglichkeit haben, die Möglichkeit zu studieren. Und, weil ich so behind auf meine Studie bin, ich werde viele All-Nighters holen. Ich habe wirklich gefühlt die Klub-Leader. Also, vielen Dank für alles. Es gibt etwas anderes über dich, Keisuke-Senpai. Du siehst viel mehr sicher. Hey, du gibst mir zu viel Geld. Hey, können wir nach oben sprechen? Ich habe dich auf zehn, das ist alles in Ordnung. Ich habe dich auf zehn, das ist alles in Ordnung. Ich wollte es euch jetzt geben. Ja, okay. Verkündigung. Verkündigung? Das war gestorben. Es ist so, dass ich eine Ehreinbarung bekommen habe. Aber die Top-Prizen sind auf ein paar andere Artikeln. Das hat mir gedacht, dass ich noch viel zu lernen habe. Also, die Basiken zuerstellen. Studieren für die Ausgaben der Med.School ist schwer. Und das würde mich nur anstrahieren. Deshalb möchte ich es. Äh, versteh. Danke. Es ist lustig, wie es aussieht, dass ich dich immer für Wunsch zu fragen möchte. Auch wenn ich älter als du bin. Erinnerst du, wie wir diese Leute an der Station helfen? Sie haben alle wichtige Leute in ihren Leben. Wie auch, wie du eine wichtige Person in meiner Leben bist. Du hast sie doch irgendwie vergiftet, Alter. Es kann doch nicht sein, dass da plötzlich zwei Leute Helme wegkippen. Wenn sie sterben hätten, hätten sie nie wieder mit diesen Leuten geleistet. Das ist deshalb, dass ich ein Doktor geworden bin. Ich komme nicht so arrogan, bin ich? Siehst du? Ich kann manchmal auch der beruhigende Person sein, du weißt? Ich war damals der Klub-Leader, nachher. Es fühlt sich, als wäre ich in einem großen Zirkel gegangen, und bin gleich zurück, wo ich angefangen habe. Und ich weiß, es könnte so sein, wie es... Aber ich mache das nicht, weil mein Vater ein Doktor ist. Ich mache das, weil ich ein Doktor bin. Und wenn du eine Erkrankungsoperative brauchst, werde ich mir selbst überraschieren. Ich meine, wenn ich dich lebendig stehe, werden wir mehr Zeit zusammen spenden. Ich bin du, du bist ich. Die innermoste Macht des Fortunes-Arcans hat es frei gemacht. Wir bestellen sich nun die seltsame Form der Fortunus in sich. So, Schlingfortuna, maximale Stufe, Lakshmi. Deine Gesundheit ist alles. Es ist besser, wenn du nie einen Doktor sehen kannst. Hast du die richtigen Nutriente, die in dem Dorf leben? Lass uns etwas gesundes, um dich zu essen, um zu Hause zu essen. Nach einer nachhaften Mahlzeit mit Hedraga gehe ich zurück ins Wohnheim. Willkommen zurück. Sie will Fernsehglotzen. Eigis will irgendwas oben machen. Ich will meine Warnung so wie immer. Wir dürfen uns Zeit nicht damit verschwenden, um uns die Prüfungsergebnisse zu sorgen. Wir sollten im letzten Kampf so viel wie möglich trainieren. Aber irgendwas eskaliert doch dann auch extrem jetzt dann. Meine Prüfungen wären nicht gut gelaufen. Vielleicht muss ein paar akademische Spezifikationen für ihre Spezialisierung im Kampf leiden. Ihre ganz eigenen Probleme, ja? Das geht schon an sich weg. Ich bin wirklich deprimiert darüber. Aber ich weiß auch, dass sie immer genau hier bei mir sein wird. Egal wie groß die Infernung zwischen uns ist. Jetzt kann die Bindung zerstören, die wir haben. Alles wird gut. Das nennt man auch Handy, Alter. Handy. Ist der Mutatsu da? Nee. Ja, dann wird es heute mal nur eine Einfolgenaufnahme. Ich bedanke mich wohl fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielleicht machen wir auch in Tatroska fertig. Macht's gut und Servus. Ciao. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.